Ich musste im Stream mit dieser Mac-10-Klasse spielen, die eigentlich eine Troll-Klasse werden soll und dabei ist das passiert. Schaut einfach selbst und viel Spaß. Warum hat die Mac-10 so wenig Rückstoß, Digga? Ich habe halt eingerechnet, aber nicht damit, Jungs. Jungs, die Klasse ist so krass, das gibt es doch gar nicht. In der Runde habe ich auch wieder mit Zuschauern aus dem Chat gespielt, also falls du mit mir zocken willst oder mir auch mal so eine Klasse geben willst, kommt gerne mal in meinem Livestream vorbei. Link dazu ist auch irgendwo in der Beschreibung. So, ich mache mir jetzt nochmal schnell die Klasse. Ich will mit dem Squad weiter, würde ich sagen. Ich mache jetzt nochmal schnell die Klasse von Till. Ich bin gespannt, Bro. Ich bin echt gespannt, Till. Kein schaffschnelles Magazin. Digga, das Digga wird so rieke. Bruder, Digga, die Klasse sieht so weird aus, ne? Die Klasse sieht so weird aus, Jungs. So, Friends, früssen unten rein. Wie immer. Wie immer, wie immer. Ja, wieder die chillige EM2. Oh, Perfekt, Digga, ich war zu viel Nest, haha. Egal, die Wäufer nehme ich mit. Ich werde mich gerade eh wieder nur über die EM2 aufregen, also von daher, Jungs. Oh, das ist girly. Oh, heute Loadout. Bruder, chill, hier sind überall noch Gegner. Ah, egal. Lasst uns Loadout durchziehen. Ich habe eh keine Waffen und keine Platten, Digga. Ich zünde weg. Hier vor mir. Wie schnell habe ich den genockt, Jungs? Digga, die kommen wieder mit ihren scheiß Clustern und machen wieder komplett ernst, ne? Hint dich an. Hat gerade der EM2 die Luft eingeloggt. Ah, man kennt ihn, man kennt ihn. Digga, das war dann gut, natürlich. Ja. Der arme, Alter. Aber den's ein Loadout gönne ich mir, Jungs. Den's ein Loadout gönne ich mir. Jo, okay. Alter, 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 Alter. Ist genockt. So. Till, ich bin gespannt, Digga, auf deine Klasse. Oh, Digga. Digga, ich zieh durch, ich zieh durch, Bruder. Meta, Klasse, Meta, Klasse, Till. Nein, Unlucky, Unlucky, schade. Wie laufen die Runden heute? Es waren ein paar nice Runden dabei, ein paar wilde Runden auch, aber jetzt spiele ich gerade mit Zuschauerklassen. Das heißt, die Runden können ja nur gut werden. Ah, die Klasse ist Meta. Jungs, warum ist die Mac-10-Klasse so gut? Warum ist die Mac-10-Klasse so gut, Jungs? Jetzt mal ohne Spaß. Das darf doch gar nicht sein. Die geht wie Sau. Die ist gut. Die geht? Hä? Chat, jetzt mal ohne Spaß. Checkt das jemand? Warum, warum, warum ist die Klasse gut? Ja, ich komm hier dran, glaube ich. Vielleicht, wenn ich ein Bödsinn, vielleicht kann ich es dann auch... Oh Gott, hier ist einer. Digga, ich dachte halt, die Klasse, die ich jetzt hier spiele, hat übers Recall, ne? Warum zu hell hat die Klasse, die ich hier spiele, so wenig Recall? Geisteskrank, Jungs, geisteskrank. Ich komme, Jungs, ich komme, ich komme. Ich habe doch die Mac-10-Klasse. Warum hat die Mac-10 so wenig Rückstoß, Digga? Warum ist die gut? Warum ist die gut? Ich habe halt eingerechnet, aber nicht damit, Jungs. Jungs, die Klasse ist so krass, das gibt es doch gar nicht. Hä? Hä, Jungs? Geisteskrank, was ist das für eine Klasse? Das ist eine Mac-10-Zuschauer-Klasse, Bro. Die eigentlich eine Treuklasse werden sollte, dann ist das irgendwie die ums im Meter. Einer nach oben? Oder ist Runde gehüpft? Es darf doch nicht sein, dass die Klasse gut ist, es darf doch nicht sein, dass die Klasse gut ist, Jungs. Ah, das ist kacke jetzt. Das ist richtig kacke jetzt, Jungs. Prezi, wir müssen los. Digga, zügelebt das Einsatzschild dabei? Warum überlebe ich hier eigentlich neben diesem Scheiß-Geschütz? Nein, schade. Was ist das für eine Klasse? Das mache ich einfach nur fertig, ich bin ehrlich.